Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Abgeordnete Weidel, ich habe den Medien entnommen, dass die Besuchergruppe von Ihnen aus Ihrem Wahlkreis im Konzentrationslager Sachsenhausen war, dass Sie dort antisemitische Äußerungen getätigt haben, dass Sie die Ereignisse relativiert haben, die einmal stattgefunden haben. Ich finde, hier im Deutschen Bundestag wäre heute der geeignete Ort gewesen, dass Sie sich davon distanzieren, Frau Heidel. Wir haben diese Chance verpasst, genauso wie Herr Gauland heute die Chance verpasst hat, sich von den Ereignissen in Chemnitz, die Aufruhr waren, die die Unsicherheit auf die Straße getrieben haben, die aus einer Demonstration, die Ihr Landesvorsitzender aus Thüringen, Höcke, mit organisiert hat und angeführt hat, folgend mit dem Pegida-Chef Bachmann und anderen Stadtbekannten, Hooligans, in der Folge Sozialdemokraten und Sozialdemokraten aus Marburg durch die Stadt getrieben wurden und die in die Fahnen abgenommen wurden und die geschlagen wurden. Davon hätten Sie sich distanzieren können, Herr Gauland. Nichts ist Ihnen gelungen. Nichts. Sie waren nicht dabei, richtig. Aber Sie scheinen ein klares Urteil zu haben. Klares Urteil. Meine Damen und Herren, was in Chemnitz passiert ist, was in Köthen passiert ist, jeder Tod eines Unschuldigen ist ein Tod, der uns schmerzt. Ja. Aber was danach an Demonstrationen stattfindet, die das normale Demonstrationsrecht überschreiten, wo Neonazis aufrufen und Hooligans die Städte unsicher machen, wo zu Gewalt aufgerufen wird, wo ich zitiere, in Chemnitz von Hooligans zitiert wird, gerufen wird, wir sind Krieger, wir sind Fans, Adolf Hitler, Hooligans. Wo dies passiert und die normalen Menschen daneben stehen und applaudieren, meine Damen und Herren, da ist etwas ins Rutschen gekommen. Wir Demokraten sind angehalten, das zu stoppen. Das erinnert mich sehr stark an die Zeit 1990, 1991, 1992, Rostock, Lichtenhagen. Und ich lasse keine Zwischenfrage zu. Ich kann nur dazu auffordern, dass wir an dieser Stelle exakt sein, dass wir klar begrenzen, dass wir denjenigen sagen, die auch Sorge haben, die sich nicht sicher fühlen, dass wir diese Sicherheit ihnen gewährleisten wollen, dass wir diese Sorgen auch ernst nehmen. Das ist gar keine Frage. Aber dass wer mit Neonazis marschiert, danach nichts sagen kann, der hat mit denen nichts zu tun, sondern er macht sich auch mit ihrer Sache gemein. Und das ist die wirkliche Gefahr. Und bei der inneren Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit, meine Damen und Herren, hätte ich mir gewünscht, Herr Kauder ist gerade nicht da, wenn, bevor wir zu Urteilen kommen, Sie haben das eben selbst bezogen auf die Innenausschusssitzung und die Äußerung von Herrn Maaßen gesagt. Bevor wir dazu kommen, hätte ich auch erwartet, dass es eine Unvoreingenommenheit gibt. Und diese Unvoreingenommenheit betrifft auch ein Kollege Ihrer Fraktion, dem Chef des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Herr Schuster, den ich heute Morgen im Fernsehen erlebe, der sagt, wir können zur Tagesordnung übergehen. Meine Damen und Herren, ich sehe das nicht zu und die SPD-Fraktion auch nicht. Wir brauchen Vertrauen in den Rechtsstaat, wir brauchen Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Und ich war zehn Jahre lang Vorsitzender des Vertrauensgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste. Weißt du, wovon ich spreche? Und dieses Vertrauen ist nicht nur angekratzt, denn was wir erleben mussten, war ja, dass eine Äußerung der Bundeskanzlerin persönlich von dem ihr eigentlich unterstehenden Geheimdienstchef des Inlandsgeheimdienstes relativiert, nein, nicht nur relativiert, sondern konträr dargestellt wurde. Und die wirkliche Frage, die ich mir dabei stelle, ist, reden die eigentlich miteinander? Und das ist ja wohl entscheidend, dass der Bundesinnenminister, die Kanzlerin und der Chef des Bundesverfassungsgerichts miteinander sprechen und über die Lage, die gleiche Einschätzung haben, nur weil dann kann ich handeln. Meine Damen und Herren, und darum geht es. Darum geht es für uns zur Zeit. Hier geht es nicht um einen Kopf, hier geht es um die Frage des Vertrauens des Rechtsstaats und auch in das Vertrauen in die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Das ist für uns zentral, genauso wie die soziale Sicherheit. Und da sind wir unterschiedlicher Auffassung hier auch. Die Grünen, der FDP, Herr Lindner hat das heute klargemacht bei der Rente. Ja, und auch bei der Miete. Ja, die SPD ist mit Sicherheit nicht die Partei der Interessen der Eigentümer, also von Haus und Grund, sondern die SPD ist die Interessenvertreter eher derer, die im Mieterbund organisiert sind. Vollkommen klar. Und wenn ich in einer Stadt, in einer Großstadt mittlerweile 40 Prozent und ansteigend meines Einkommens nur noch für Miete ausgebe, dann ist das nicht mehr akzeptabel, weil es auch eine Umverteilung ist. Weil nämlich natürlich durch die Vermögenspreissteigerung in den letzten Jahren diejenigen, die haben, die Wohnungen verfügen, die über Häuser hier in Berlin, in München, in Hamburg verfügen, deren Vermögen ist gestiegen. Und dazu kommt noch das zusätzliche Einkommen aus der höheren Miete. Wir sagen, nein, stopp, wir Sozialdemokraten werden das stoppen. Dieser Abfluss, dieser Umverteilung gibt es mit uns nicht. Wir greifen ein, Mieten ist ein Grundrecht, faire Mieten für uns im Land. Von daher, dieser Herbst, dieser Haushalt bringt diesen Herbst, insbesondere was den sozialen Aufbruch bringt, in den Mittelpunkt. Wir werden darum kämpfen, dass wir eine gesellschaftliche Mehrheit auch dafür bekommen, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung, Andrea Nahles hat das gesagt, dauerhaft stabilisieren und nicht abgleiten. Es ist uns gelungen, mit dem ersten Entwurf des Gesetzes von Hubertus Heil bis 2025 hier die Sicherheit zu geben. Und ja, dafür brauchen wir Geld, aber wir werden es uns nehmen. Wir werden die verfügungstehenden Mittel nutzen und sie zum Beispiel nicht für verteidigen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD. Ihre Kollegin Weidel hat eben gesagt, dass sie das 2-Prozent-Ziel der NATO erreichen will. Das heißt 40 Milliarden mehr für Aufrüstung. Sozialdemokraten wollen das nicht. Wir wollen es für eine stabile Rente. Vielen Dank.